Hallo, mein Name ist Julia Plankensteiner. Ich bin im Verein Family Support im Vorstand tätig und leite gemeinsam mit meinen Kolleginnen den neuen Lehrgang Nanny-Manny. Mit unserem Lehrgang bekommst du all das Rüstzeug mit, das du brauchst, um als Nanny oder Manny durchstarten zu können. Du lernst Interessantes aus dem Bereich Entwicklungspsychologie, Pädagogik, Kommunikation, Kindersicherheit, gesunde Ernährung, Recht und auch Praktisches für den Umgang mit den Kindern im Alltag. Unser Lehrgang besteht aus 160 Unterrichtseinheiten und streckt sich über ein ganzes Jahr. Die Zeiten sind vorwiegend am Wochenende, sprich Freitag ab Nachmittags und Samstags oder unter der Woche am Abend. Somit lässt sich das wunderbar mit Familie und Beruf vereinbaren. Und es bleibt noch genügend Zeit, um die Lerninhalte zu vertiefen. Du bist bei uns richtig, wenn du ein großes Herz für Kinder hast, gerne mit ihnen arbeitest und auch gerne mit Familien arbeiten möchtest. Das Tolle dabei ist, du kannst die Rahmenbedingungen und die Zeiten selber einteilen. Somit steht dir alles zur Verfügung, Vollzeit oder Teilzeit, so wie du es möchtest. Die einzige Bedingung dafür ist, du musst mindestens 18 Jahre alt sein und über einen einwandfreien Leibund verfügen. Der Abschluss des Lehrganges besteht aus einem Testing mit Fragen aus den Kursinhalten und aus einer Abschlussarbeit, die du vorbereitest und präsentierst. Das Thema dabei kannst du selbstständig wählen. Wir begleiten dich dabei und unterstützen dich durch das ganze Jahr und feiern natürlich mit dir deine Erfolge. Am Schluss erhältst du ein Wifi-Diplom und einen Family Support Nanny-Manny-Ausweis. Sei mit dabei, melde dich an, wir freuen uns auf dich. Mehr Infos auf der Wifi-Homepage und unter www.family-support.net Wir sehen uns auf der Wifi-Homepage und untertitelung.